Der Naturpoesiegarten ist eine Reihe von Kunstinstallationen, neun Stück, die wir hier im Burgpark aufstellen lassen haben. Das handelt sich um neun Kunstinstallationen, die sich jeweils auf ein Zitat beziehen von einem Philosophen. Und dieses Zitat beschreibt jeweils ein Verhältnis in irgendeiner Weise zwischen Mensch und Natur. Das sind neun ganz verschiedene, sehr komplexe Zusammenhänge, wo man jeweils eine halbe Stunde oder so wirklich drüber sprechen und nachdenken kann. Und diese neun Stationen, die empfinden sich hier entlang eines Weges. Und bevor es halt dieses Projekt gab, mit dem wir auch diesen ganzen Naturgarten zusätzlich haben anlegen können, waren diese beiden Gebäude komplett voneinander getrennt. Und wir haben das jetzt halt genutzt, die zueinander zu bringen, also auch die Stadt zur Burg zu bringen und das Ganze auch noch barrierefrei zu verbinden. Und das ist gut gelungen. Und das ist gut gelungen. . . . .